willkommen back so arg wir machen was die laber höhle so weit alles prepared bisschen was müssen noch machen chaos geht dann rein mit dem megaterium versucht möglichst ganze federmäuse auf sich zu tanken damit wir die tollwut nicht abkriegen ich gerne als hauptdamage dealer mit jeder main geschusswaffen rein ich habe mir über 1000 schuss ammonium mitgenommen für verschiedenste waffen und das ist ein mehr oder weniger support das heißt das bleibt ein bisschen der ist ein großer fan vom revolver und steht dann mehr oder weniger einfach hinten und supportet uns ein bisschen zeit trinken und so weiter in die richtung ja und die hülle beginnt bei circa sechs minuten im video let's go dann bis auf du gehst holz fahren und ich gehe weiß was wir machen können wir brauchen nämlich noch polymer eine menge polymer farmer wird noch ein pilz gebrauchter war schon mit so guten tag wir sind nicht ganz fertig wir brauchen ein bisschen blut egel noch die bekälen müssen aus dem sumpf und ein bisschen metall dann haben wir alles dauert nicht lange hat sich da vielleicht eine hochgebracht jetzt einfach schon fast zwei zweieinhalb schränke voll mit steinen ich fange da mal was mit der muni produktion an ich habe die ausdauer und den gewicht bis hin hoch gestellt von unseren dinos generell ich glaube verdoppelt das sage und die schmelzen bei der richtigen holzkohle dann kommt zum sumpf gebiet ich hoffe ich finde ich ein zwei blut egel weil man kann damit dieses gegengift gegen tollwut herstellen ich möchte sagen ich habe 4300 eisenbarn hergebracht das ist geil er kann uns beim nächsten mal so kurz auf kages ich habe hier unten die klimaanlage mal so eine bank gestellt da kann sich drauf setzen dafür brauchst du weniger wasser und alles genau dann okay dann bist du eine rolle war ich habe dir ein bisschen katze moni schrank schauen ich mache noch ein bisschen mehr an der revolver muni das mache ich jetzt flinze pistole ich habe auch schon 150 stück also okay dann reicht es erst mal dann mache ich ein rest für mich in sniper muni und sowas rein alles ich habe wieder unseren kleinen kamin gefunden ja und dann brüten wir die ausprobieren müsste vielleicht bald noch mal radinos zählen zählen züchten aber das machen wir dann anders jetzt kannst du einmal zum industriekocher gehen und sie ist ja bei den rezepten immer wenn du mit der maus rüber hat was was du brauchst dafür dann nimmst du mal alles raus aus dem kocher außer das was in dem rezept drin steht was du hast am ende liegt noch das rezept drin und die ressourcen dafür die gebrauchst okay dann mache ich mal medizinisch gebräu oder was wir fangen euch und vermache ich von jedem also kann um 20 stück vielleicht wenn es von der ressourcen erreicht die roten narkosemittel brauche ich dafür kann ich dir bringen stimulantien und narkosemittel kann ich dir kurz bringen habe ich sofort hier dann fange ich einfach mal ein endurio ding mit dem endurio eintopf an endurio hat und ich packe das zeug rein so oder so stimulantien und narkosemittel produziert er schon wir können mehrere gerichte gleichzeitig machen wie geil ist das denn wieso du musst du gar nicht rausnehmen die sachen die drei der stelle aber wenn ihr legt mal alles wieder rein der kochdorf kann mehrere rezepte gleichzeitig machen steht ja wie geil wir können gegen die fredermäuse wir können auch insektenschutzmittel nehmen gegen die fredermäuse und aber pelz karotte zitrone pelz narkotik aber da können wir das auch machen das ist schon mal das ist ja konstantin du hast noch karotten bestimmt über oder dass ich prüge ein paar karotten bei dir im feld oder ja ja ich habe hier gerade auch hier reingestopft glaube ich hier noch jubären ne jo er wäre im schrank für mejo bären so chaos bist du ready ja die suppen kann ich direkt aus meinem inventar essen oder ja aber noch nicht noch nicht ich frage bloß weil würde ich nicht in die hotbar nehmen meine hotbar ist komplett zugeballert mit waffen ich habe keinen platz mehr so konstantin erst mal du musst uns sobald wir um kippen pfeifst du uns die stimulantien rein aber nur 1 geben da nur 1 genau weil wie ich das auch noch mal kannst du jetzt abteilen da oben ja stimmt jetzt erstmal ganz wichtig es gibt medizinisches gebräu und schwaches heilmittel das ist eine rote glasflasche und so ein weißes beutelchen sage ich mal jetzt mal alle sachen rein außer diese beiden dass dieses grüne beutelchen das ist falls ihr tollwut habt diese rote flasche ist falls ihr low seit im leben und jetzt genau einmal energietrank pfeifen und dann die drei suppen und das in sektenschutzmittel energie tränke könnte wir auch können noch energietrank die 33 suppen und das ist ja habe ich einen energietrank von euch bekommen ach so sorry dann das sind die grünen flaschen aber ich habe keine mehr so sind die hier nee das sind die beutel die sind für gegen tollwut das ist eine energietränke so und er soll ich meine beutel du brauchst kein zweites ab megaterium also jeder zwei drei mitgenommen so schnell bevor die tränke auslaufen sobald irgendeine effekt bei euch ausläuft direkt das nächste nehmen und chaos einmal gleich megaterium sporen ich will das mal kurz vorlaufen bis die ersten gegner sehen ich weiß nicht genau wie früh die kommen lass mich mal vorgehen ja ich kann ich habe 145 bewegungsgeschwindigkeit ich kann den ufall schon mal weg laufen okay so dass ich die ersten täter mäuse und nichts lässt den mal killen bitte bevor die uns beim backup vielleicht nerven ich glaube links ist nix am lava voll wenn ich abbauen die fledermeister nene egal mein aim ich hau hier auch irgendetwas drauf naja machst du gut hier sind viele die los der maus da vorne egal mein aim was ist los ich treffe nichts bin ich dumm redermaus hallo ihr solltet mich nicht angreifen erstmal weißen senken schutzmittel haben außer wir greifen die an konzertien weg da vorsichtig mit der fledermaus fledermaus komm ich nehme jetzt meine sniper ok ich habe ein fledermaus ding gekillt ok schön langsam vorsichtig weiter bis ich die nächste ausgabe von vorne von vorne von vorne von vorne von vorne ich kümmere mich um die fledermäuse wir sind hier auf fledermaus irgendwo ich mach mal kurz mega t rumlevel ein wasser lass ich hier mal so wichtig sind gerade recht weit weg da muss nicht so weit laufen du musst nämlich schon mal bei uns bleiben ja schießt einfach den kopf zweiter mal jetzt kommt jetzt kommt die zu uns wir haben eine sehr komische hitbox ich habe gerade sehr schlechtes aim ne die haben eine komische hitbox glaube ich und die fliegen auch ganz komisch da vorne sind noch spinnen Achtung egal ich treffe aber echt gar nichts hier hilfe ich weiß nicht wie es so dunkel war bei mir ich war doch 1,5 kammer perfekt haben wir auf 3 hoch gestellt ok von uns an skorpion ich habe ab und zu seinen grünen bildschirm die pistole schon ziemlich geil Achtung nächster ich würde mal nach hinten schauen da sind recht viele fledermäuse warte kurz chaos warte kurz warte kurz chaos ganz ok lassen wir den linken gang mit erstmal zusammen gleich gehen sobald die fledermäuse durch sind ja die fledermäuse waren ziemlich nah am eingang gefällt mir so aber erstmal jetzt hier den gang meine ich ja klar ja ich habe die fledermäuse ganz die komplexe komplex mitnehmen und so die geben ganz gut chitin zeug da oben ist eine blaue loot craze oh wir kommen da hin äh enterhaken ja warte ich grebe kurz rüber ey ich try noch einen enterhaken komm ihr würd über das blaue drüber schießen so 10 meter oder so ja ich versuch's das war gut ja ja das ding ist hier ist noch unsichtbarer stein oder sowas ich komm mir gar nicht richtig lang was ist das für ne scheiße eben konnte ich ihn an warte mal ich bin smart oh ja bitte nooo mein wolf scheiße ja egal ist eh eh ok warte ich krieg das hier ok ich weiß kein spin um hier spawn ja die suppen laufen ab als das ding ja ok scheiß drauf ähm ich würd das wenn dann später holen ne weil die suppen ja jetzt meine frische ja jetzt oh hat sich gelohnt oh mein gott oh jo ein aqua sattel für equs und ein lilaner jo ähm das ding ist wir brauchen die sattel zwar nicht aber wir können ja später schreddern das glaubt und drauf viele ressourcen so wolfgang nehme ich kurz mit und dann tinte ich gebe die beiden sattel weil die wiegen recht viel ok oder kaos du hast auch noch gut gewicht frei ne ja ich hab noch gut gewicht frei ja ich hab 300 von 470 guck mal ein bisschen gleich wieder interhaken ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger brauchen äh interhaken ich hab extra 10 stück mitgenommen sehr stimmt ich hab 7 gib ihnen die ruhig gleich mal alle bis auf 2 2 hast du dann selber noch zum saven äh chaos du brauchst gar keine interhaken eigentlich ja ok dann gebe ich die einfach mal alle mit sehr gut da liegen die vor dem migaterium vielen dank boah ok ich droppe dir mal die beiden sattel so chaos warte kurz wir sind sofort durch so hier bitte sehr dann schön hier die beiden sattel und du die einmal mit und dann können wir den weg hier einmal weiter gehen runter da ja einmal runter da ich höre eine fledermaus äh ach so leute geht es auch ah ok wir fahren dann so so nicht jeder mäuse natürlich ich kann die ich lass mich lieber zu uns pullen rechts in der wand ist noch eine falls du siehst ich sehe ich gerade nicht chaos ein kommt zu uns hilfe ja ich bin aber im rückwärts und sich ich bin sie weg ich bin sie weg und drehen und dann kann ich ich bin der spiel der was wir da herum ist echt nicht gut auf engen sachen so jetzt kann ich laufen jetzt kann ich laufen ich kann mich Kaden platzieren ne 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 ich bin am sprinten ich bin am sprinten verdammt ich bin falsch ich dachte die fliegen Tinten wurde hittet Tinten wurde hittet ja aber du hast noch keinen Tollwut nein hab ich nicht hab die aggro hab die aggro sehr gut Mistviecher oh kurzes mini server lag ok jetzt haben wir die sehr gut ok alles gut bitte nicht so nah hinter mir da vorne hab ich noch 2 weitere Fledermäuse gesehen ok ich glaub mal hier oben da sind die Fledermäuse da sind die Fledermäuse komm komm zu mir ich hörte die von hier aus gar nicht ja ich geh auch mal zu morgen ja das war ein hit 300er hit schmeckt gut ich hab sie ich hab sie sehr gut die greifen uns von sich aus nicht an weil wir Insektenschutzmittel haben das zahlt wow du kannst du kontrollieren wo der Jakob Spinner Achtung du hast du eine gesehen hier ich hab diesen die Lava gefallen ja rechts ist auch einen in die Lava gefallen warte mal kurz hier bitte nicht laufen sonst pusht mich nachher wenn es noch die Brücke runter ja ich wusste es auch noch Fledermäuse Fledermäuse alles gut ich hab keinen ich hab die Akko ich hab die Akko ich hab die Akko ich hab die Akko sehr gut mal rüber mal schauen ob du also wenn welche kommen hast du die aggro auf jeden fall ich auch mal hier vorne in die seiten rein so eventuell einen auf den verstehst die hinterher warum habe ich gar nicht was in sektenschutzmittel ist es schon aus oder schon ausgelaufen glaube ich ich treffe nächstes rein ja das ist sowas von ausgelaufen ja ich auch das war nämlich gar dieser topf da genau ich hole mal den skorpion hier oder du ich mache mit mega tier im upgrade alles auf hp floppiert er noch okay ganz gut zwei drittel reicht da vorne sich massig pflegermäuse gerade auch rechts auch hat und ich bleibe mich hier vorne stehen weil von vorne und von hinten und von rechts kann welche kommen ja ich hol der akku vielleicht weil du stehst gerade mit dem schuss da kreffer auch gefilmt ok sehr gut hier vorne ist doch irgendetwas was spinnenmäßiges warte kurz da kann es nicht weiter laufen zinsen ich sehe vorne noch fledermäuse vielleicht kommen die smipen ich stehe hinter euch falls sie zu uns kommen was sagt wenn alles zu nah kommt ich habe ganz ja ich habe die agro ich habe die agro sehr gut wir nehmen mir kurz die zeit für ein persönliches abkriegen ja ich stehe den dilo da kurz weg oh hier komme ich mit dem mega tier im das bin ich drüber ja warte kurz ich stehe einen dummen dilo oder nicht das ist ein radtor ne das ist ein dilo radtoren sind deutlich größer sehr gut wir müssen rechts oben nicht durch ja warte ich versuche mal das jump and run hier wenn es bleibt ein bisschen hier chaos falls ich jetzt ankommen und da fler mäuse auf mich gar und ich sollte eigentlich insektenschutzmittel gepfiffen haben ich glaube hier vorne ist ein paar fledermäuse aber ich glaube hier ist tatsächlich nichts für für es sich lohnt hier lang zu gehen weil ich glaube der gang hier vorne damit komme ich auch wieder zu euch zurück okay sind skorpione alles klar ich komme zurück hier vorne das ist glaube ich nur eine abkürzung oder so weit in die richtung ja nicht nila war ich möchte sagen in der minute laufen die suppen aus ja lass vielleicht ja bei mir noch 50 sekunden ja klar achten wir sind noch die los so ein fetter headshotter kassiert der penner wow der mich gegiftet der penner vielleicht pfeife mein heilmittel mal in die hotbar das wäre vielleicht nicht so verkehrt ist hier gar nichts gerade da kommen noch mehr die los ja die stehen alle auf den dingern auch noch ein dino? hast du? ein dino der war gut geertschrattet ja der war vorher tot ne den hast du vorher gekannt bevor ich den kennen konnte ja ok fledermäuse bei dir vorne links ja ich glaube ich brauche auch nochmal Insektenschutzmittel hält aber noch ja ich fress auch mal kurz alle suppen bap 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 ich hab jetzt nicht mehr ich hab noch kaliensuppe als reserve das ist das wichtigste ok ich hab ich kann auch noch nur noch äh den sonst hab ich auch keine suppen mehr kaliensuppe wär wieder hast du keine suppen mehr? nein warte ich geb dir noch kurz eine ach so albieren das ist die wichtigste damit wir keine überhitzung haben ich hole mir kurz hier eine fledermaus hier vorne ja so sonst fehlt mir noch eine aber nicht so richtig nur die eine ne wichtigste ist die grüne und die rest haben wir nur noch vorne entlangt ok dann hier vorne entlangt ja ich dehydriere ich muss schnell Wasser trinken oh ja der Wasser ist noch auf 59 und hier sagt der Fowler ich glaube hier ist nix hier oben drauf hab ich vorhin mein Skulptur gesehen aber das ist doch gar kurz ok ich glaube dann ist hier es kann sein dass nicht alle Loot äh ich glaub immer spawnen es gibt so ähm also die spawnen nicht überall es gibt nur so mögliche spawns von den Loot Crates wie zum Beispiel da eine Einhöhle Chaos in der Central Cave zu unter Wasser Dings ne da war unten nur ein Spot für eine Loot Crate sonst war da nix da war aber halt keine das war ja ach du natürlich passt auf links fledermäuse direkt da haben wir noch ein Seitenschutzmittel äh lass mal kurz ok rechts ist soweit nee Konstantin Achtung rechts ja ja ich zieh ich hab mir ein paar Agro von ein paar Leganden geholt da sind weitere Fledermäuse ich will auch passen ich versuche zu dir drüber zu ziehen ok ok soweit alles clear oh Ende Sackgasse Ende Lava ok ok bin zurück warte ich lass mich kurz vorbei warte hier ist noch eine Skorpion Chaos bitte eine Skorpion mitnehmen also ja klar Tintin ich scoute mal kurz fort dahinter wo bist du eigentlich ja ich bin hier auch aber hier sind noch mehr ich glaube hier vorne ist nichts mehr in der Mitte es sieht so aus als könnte man da weiter weil da spawnen mobs ich glaub ich hab ich hab das Ding gefunden was wir einsammeln müssen das Artefakt sehr gut ah ok dann können wir auch hier durch ja das da hinten ist das Artefakt glaube ich also das vorne ist ein Lootcrate und ich glaub hinter der Lootcrate ist das Artefakt oder ist das schon das Artefakt ne das ist ein Lootcrate aber dahinter soll das Artefakt sein das ist bloß wie ich hier durchkomme gerade Moment erstmal Fledermäuse aggro ziehen ja ich würd die Fledermäuse erstmal rüber holen snipe die gerade dann kann ich das Megaterium fuck mein Schaftschützengewehr ist kaputt auch kein Durability mehr ok ist halt ein Standard ne ja ich glaub hier müssen wir das Megaterium einpacken ähm Chaos taugst du das kurz ein ja Dintin du musst bitte einmal das ganze Inventarzeug von dir mit aber da hast du noch genug mehr Inventarplatz Chaos du hast auch noch maßlich Inventarplatz ne ja ich hab auch noch mehr maßlich wenn du das mit dann kannst du es sein ja ich hab ok oh fuck noch 100 was hast du gemacht schau rein joo was 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 wahnsinn ich nehm auch so viel wie möglich mit Chitin für Jahre fast gehen wir es haben oh ich muss nur trinken nochmal ganz fix aber ich hab noch ein bisschen schlürf das ist ja Chitin für Jahre das wird erstmal reichen das Problem ist grad nur meine Striper ist kaputt meine Flinze ist noch auf ein Drittel circa danach hab ich nur noch Revolver und die Pistole ich glaub ich musste für die nächste Cave mal Ersatzwaffen mitnehmen ok das brauchen wir nicht mehr das hier drin ist ne das andere ist nicht äh warte ich hoppala ja Bären-Schein-Stuff und wir können mal die Pfeile hier mitnehmen ich lass den ganzen Rest-Scheiß hier mal jaja das brauchen wir alles gar nicht ja das kannst du alles direkt hier lassen obwohl ich bin nur Chitin mit ok Achtung ja hab ich auch nur jump oh ich bin langsamer schon das ist nicht gut überladen oh ja dann äh gibt noch was ab auf jeden Fall ja ja hä sind die verbagt hallo kommt mal jemand rüber ich kann ich hab Gift von denen ich hab Gift bekommen von denen hast du sehen super ich hab Gilo Gift oh äh kannst du euch nicht öffnen mit der Zahl schau mal kurz über die rein Chaos nicht weiter gehen bitte du hast 50 Kilo an Fleisch drück mal das Ruhe Fleisch du hast deine Schlafsäcke nicht platziert Konstantin ja ich hab noch gesagt reichen die drei ja du musst die platzieren 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 oh Gott ja okay ist egal dann drop die Schlafsäcke raus sie wiegen auch nur über dich brauchen wir Megatherium Kacke Kacke kannst du hier mitnehmen das ist seinen Job für Dingsbums äh warte mal ganz kurz bitte noch nicht weiter gehen Chaos äh ich geh mal kurz hier auf die ich geh mal kurz auf die mittlere Insel äh weil ich guck mal ob da was ist eventuell bei der Filiamäuse kommen musst du bereit sein dass du äh äh gekillst wo ist eigentlich unsere scheiß Dingens Bist schon lange gestorben auch so so da brauchen wir aber eigentlich nicht okay hier vorne ist nix äh geht mal außen rum den Gang entlang ruhig ich clear von meiner Seite aus und treff uns gleich beim Tunneleingang da ja ich bin jetzt bei dieser gelben Loot-Fraid Jo die spinnen können über Lava laufen was ist denn äh aber ich kriege ein Damage glaube ich oh ja die verrecken eine Lava lol sind die dumm oh das Ding nehme ich noch mit ich hab den äh Explorer Note hop ist das ein gelber Erdruck oooh zwei Sättel nochmal Explorer Note nimmt mit ja äh wo ich geh rechts neben hier ah ich seh so äh nochmal wer mehr an der Zahlplatz hat aber ich pack's ins Mega-Therum rein einfach ja ja nochmal Sattel und ich hab noch Sattel und Glut-Crims ha mitgenommen so da vorne äh Marvel ich glaub wir müssen hier links rum um da durchzukommen ne 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 warte 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 hier bin ich grad hergekommen du wartest kurz hier ich und Konstantin ich glaub wir können vorgehen das Artefakt holen jeder kann's einmal nehmen ich glaub wir brauchen dich grad nicht Chaos du packst mich in die Lava oh oh das hab ich nicht gesehen zum leid da sind Fehlermäuse was auch ich versuche hier zu snipen Konstantin du auch bitte ja kein Hit mein Sniper ist halt im Arsch ist halt dumm ich hab einen ich hab die oh die kommen die kommen hier Agro kommt auf mich kommt auf mich ich hab eine gekillt nein hab die eine auf mich sehr gut hab die da vorne ich seh grad keine mehr ne ich geh kurz vor Scouten wieder ja oh fuck mega Tollwutsch oh fuck man du hast Konstantin du hast Tollwutsch die wüsst das grüne Ding reinpfeifen schnell 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 das ist die grüne Box ich hab auch mega Tollwut alle drei das grüne Zeug reinpfeifen 3 2 1 jetzt ich hab kein Heilmittel ich hab das nur oh shit ich dropp dir eins halt Abstand zu Chaos Konstantin halt Abstand zu Chaos ja ich geh so wo ist das in meinem ganzen Schistinen Inventar da unten ich hab's getrunken okay sehr gut dann müssen wir das alle wir müssen das alle gleichzeitig nehmen sonst können wir uns gegenseitig noch anstecken damit kannst du mir dann noch eins droppen ich hab nur noch eins ich hab nur noch eins ich hab keine mehr Tollwut hör du hast drei Stück doch oder ja ja du hast noch zwei da jetzt übrig da gibt mal Chaos 1 noch vorhin nein jetzt kannst du mehr ich hab die drei stücke gegeben vorhin hä scheiße okay egal dann von mir Abstand halten am besten ja noch hat ja keiner mega Tollwut ich glaub beim die Höhle ist einfach durch ich hab auch keine mehr ich mach mal kurz hier rüber zu grabbeln der Sprung ist mir zu riskant hier ne ja klar soll ich auch mal rüber gehen ne ähm ich bin das als der Fakt einfach rüber jeder weil jeder kann das zwar nur einmal haben aber oh da ist ein Fehlermaus da vorne mhm no fuck ähm ähm wie machen wir das jetzt okay okay ich werde kurz ein bisschen Damage kassieren wahrscheinlich solange du richtig drauf gehst okay ja das geht klar Lava Damage ist okay wenn man für eine Sekunde kurz drinnen ist ich geh nochmal kurz rüber das nächste Fakt einmal holen äh Konstantin du nimmst einmal das hier dann grabbel ich auch zurück der der Zurückgrabbel der Zurücksprung der ist nicht machbar okay so jetzt hab ich das auch noch einmal und dann grabbel ich direkt zu euch und dann noch einmal ein drittes mal holen ne ne man kann das nur zweimal mitnehmen aus jeder Höhle alter ich kotze Konstantin du hast doch Interhaken oder? ja ich hab noch ach wohin ne warte mal ne 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 wir ganz kalt ich dachte dass du mich vielleicht dann grabbeln könnt aber ich will jetzt nicht so ein Risiko eingehen Mann ich ich bin zu dumm für den Interhaken cool so okay das war massig waste an Eisen aber gut ähm zumindest bin ich wieder rüber so da vorne geht's also nur der linke Sprung ist schwer darüber alles andere geht klar hier rüber in die übernimmte ähm soll ich das Militärer mitnehmen? ich glaube wir müssen da vorne gar nicht mehr entlang du also ich hab hier eben noch so einen Gang nach rechts gesehen den würde ich dann eventuell entlang laufen machen wir sofort ich würde die Flair Maus wir fern in die gleiche Richtung ich akku die Flair Maus kurz einmal zu uns rüber okay klar hab sie Achtung nicht hinten lassen wir haben kein Heilmittel mehr dagegen das Zeug jetzt sehr gut hab sie hab sie okay die suppen halt auch nicht mehr so lange ähm ich guck mal ob hier rechts ich schau kurz ob hier noch ein Gang ist hier ist noch ein Rang aber ich glaube da wo du lang gehst können wir das auch machen der spielt nämlich in die gleiche Richtung nein nicht mehr Arsch ja ich und Lava ah ok verschmelzen fuck die ist ne dumme Spinner ich bräuchte halt irgendjemand der mir so ein Kristall abbaut wenn es gehen würde weil ich komm hier mit dem Militärer mich durch aber das ist ne Fledermaus soll ich auch mal rüber sprechen fuck bist du in der Lava? no ich bin da ganz vielen Mobs wuh okay es war close also es war äh grad ein Klatsch hier das sind meine ich ja meine meine Dings wieder ausgelaufen ausgelaufen meine Fledermaus Suppe übrigens zieh da auch noch mal eine Konstantin ja ja genau warte ja hier rechts ist noch ein Gang der geht der scheint in die gleiche Richtung zu gehen ja 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 ach du du wachst nicht ah Chaos bei mir bist du auf nem guten lass mich ja fast nie da war gebackt gerade einmal bitte die Fledermaus in den Gang holen und dann zurück ich hab grad da war ne Fledermaus ich komm hier nicht durch ich hab die grad in die andere Richtung schon rüber dann pack den mal ein dann kann man abbauen die Dinger danke ja ähm ganz kurz war der Chaos die Fledermäuse ich pull die von der Richtung die müssten hier irgendwie hinter den Felsen sein weil ich hab die rüber gezogen mit der Agro ähm und dann hab ich aber die Suppe mit dem geh mal zum Weg der fetter Asch blockiert mich so lebt die noch? nö die lebt nicht mehr die macht mal Geräusche oh die lebt doch noch hä warum ich mach mal what ich hab die voll in den Panzer eingeballert aber Arck checken wir nicht dass die noch gelebt hat ah ok so Fledermäuse links ich seh sie grad nicht ich auch nicht wir sind quasi hinter dieser Felswand ja doch ne das ist da wo ich meinte das ist da wo ich meinte Achtung ich agro du musst laufen laufen zu mir zu mir eine ne ich hab die agro ich hab die agro sehr gut meine Flint ist fast kaputt ok sehr gut weiter gehts Skorpion nice jeder Skorpion gibt mir 400 Schettinen das ist natürlich Fledermäuse rechts um die Ecke ok ich verspann meine Flint jetzt mal auf nur für die Fledermäuse zum agro mal sonst ja sehr gut wo wollen wir entlang links wieder ich würd wieder links entlang außer jetzt sind noch Fledermäuse irgendwo oh das ist Skorpion soll ich den agro ja Skorpion das sind nicht schlimm die kann kaum aus easy wegklatschen im Nahkampf ok ich glaube ich habe jetzt wieder raus dass wir zurück gehen und war ja noch ein gang oder ich glaube die gang ging ging ich einfach nur rechts herum und jetzt noch eine Fledermäuse ich gerne klatschen würde ok ich sehe noch einen Loot Drop da wollen wir ab und enthaken ja ich habe noch so eine Miniinsel ich habe 6 enter ledermaus 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 ich habe mich da unten tagt ja klar gerne ja das ist egal ich lasse es ab 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 auf ab 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 und ja ab hier Wow, ein lilaner Holzklüppel. Und Bauplan wieder für den Satteln ganz guten. Versucht ihn mal hier ganz nach oben an. Oh ja. Das geht noch ganz gut. Ja, höher komme ich gerade hier leider nicht. Aber da kannst du hoch springen, oder? Nee, nee, nee. Ich habe keine Perspektive. Nee, das war viel zu hoch. Okay, vier Eintagen habe ich noch. Ich glaube, die Höhle haben wir soweit relativ gut durch sogar. Da oben geht es halt noch weiter jetzt. Hier kommen wir glaube ich nicht. Weil schon habe ich mir so ein Megatorium hoch. Ich glaube, das musst du cry und zwischendurch. Ey, konnte ich nicht, wir werden Eintagen nehmen müssen, um hier umzukommen. Ja, mache ich. Ich habe ja noch einen. Okay, wir haben heute da vorne, sehe ich eine ganze Armee. Soll ich auch hoch? Oh, Skorpion in der Wand, Skorpion in der Wand. Ich komme hier halt nicht hoch. Ja, ich muss es cryen, das, äh, Wings. Ja. Okay, kann ich hochkommen, das ist safe? Chaos, ich dropp den Enterhaken runter. Ich komme hoch, ne? Ja, klar. Du kannst hochkommen. Lauf aber nicht weiter, Konstantin. Da ist, ne? Achtung, Chaos. Enterhaken, drop. 3, 2, 1. In der Luft gefangen. Sehr gut. Ich wollte nicht diesen runter. Ich nehme den Eintenschweicher mit vorne. Ich kann jede Menge fliehen, aber so. Oh, das Megaterem hat einen pinken, äh, lilanen Sattel. Stabil. Ich schaue mal, was für einer? Prozeptodon-Sattel. Dabei, ich meine, wir haben nicht mehr viel Suppe und alles, ich habe alles aufgebraucht. Ja, ich habe nur noch Insektenschutzmittel. Ja, ich auch. Das wichtigste. Aber, ja, gegen Hitze ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Also, ich denke, ich glaube, du hast ein bisschen Gamma niedrig. Ich mache deine Gamma mal auf 3, bitte. Ja, ich Gamma noch auf 2. Ja. Dann brauche ich hier, Megaterem. Bruder, du hast den Bildschirm einfach so dunkel eingestellt, bitte. Okay. Ne, du hast den. Ja, ich weiß, ich habe das gemerkt. Die Fleter. Achtung, Achtung. Ich habe 3, 2, 1. Abstand, Abstand konnte ich nicht weg. Ja. Lauf mir nicht zu weit zurück, sonst fällt es hier runter. Ja, ja. Die Dinger sind high level. Aber ich bekomme die. Hier, nimm mal hier nochmal den Dingens mit. Ich brauche das ein bisschen. Hier ist noch ein Skorpion, nimm dir mal mit. Ja, lass ihn erstmal fetzen hier. Ich würde sagen, die Fledermäuser haben ein Prio. Ja. Auf jeden Fall. Nur, nur so es im Fokus hat. Ja, Fledermaus, komm da mal runter. So. Skorpion, wo bist du? Ja. Aber wenn ich mich runter schaue, tut gut. 524 Chitin. Achtung, wir müssen noch einen kleinen Mini-Jump machen. Ich würde das Megaterium vorsichtshalber ein-cry on. Nee, ich würde mich runter schieben. Vorsicht. Nicht, keinen Bock, das ist Megaterium, ihr verreckt. Oh, das Megaterium wären wir lange schon durch. Ja. Nehmen wir das Chitin mit aus dem Inventar. Wir fahren uns noch ein paar Spinnen, Konstantin. Bist du ready? Wir killen die kurz. Sehr gut, nächste. Oh, ich bin da gedüngst. Ich bin wieder da. Gut. Das ist hier rechts unten für den Tunnel. Ich glaube, ich gehe kurz scouten, aber ich meine, hier ist nichts. Oh, ich höre Spinnen. Ich glaube, das hier bereits der Eingang wieder. Wo ist denn Spinnen? Ne, unten ist so eine Ruine, da waren wir noch nicht in so einer Ruine. Oder? Ich glaube, wir sind hier dann direkt vorbeigelaufen. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, hier sind noch Mobs, also hier können wir noch nicht gewesen sein. Ne, hier sind es leeren, boys. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Okay. So schnell, ich respawn die nicht. Die brauchen ein, zwei Stündchen, bis die respawnen. Ach so, es ist kaputt. Ja, die klatsche ich auch mal schön weg. So, kannst du die Agro holen, weil durch die kleine Ecke da links, durch das Ding kommen wir mit dem Materialum nicht durch. Ich sehe sie gerade nicht, da ist sie. Da sind zwei. Oh, sehr gut. Hab sie. Konzertin hat schon. Ich hole die rechte noch. Wow. Wauw, Konzertin. Nein, nein, die sind gar nicht. Ich gönne mir kurz persönlich einen neuen Level, auch HP. Irgendwann, die Levels voll krass, gerade kann das sein. Ja, ich habe gleich auch wieder ein neues Level. Ja, Chaos killt ich alles weg. Ja, ja, das Irgendwann ist eine Fledermaus, die hole ich mal. Ich blaue noch hier unten. Ja, hol ich. Chaos, mit Mega Terium möglichst hier durch, wenn es geht. Aber ich blaue noch mitnehmen. Ja, ich muss außen rumlaufen, also. Ja, klar. Ich bin Level aufstieg. Ich bin nochmal auf Riss-Tent. Ah, Mega Terium freut sich da immer, aber schön Level. Das ist Level 120 schon, Alter. Ja, ja. Okay, dann gehe ich einmal hier links entlang scouten. Ja, gut, du meinst erst durch, komm. Hier war alles relativ clean aus, gerade hier. Ich glaube, hier rechts geht wieder nach oben. Ich scoute kurz rechts, wartet hier. Ja, ich nutze Zeit mal für eine weitere Suppe. Ich werde auch meine letzte. Ich habe einen sechsten Schubsmittel, es läuft auch gleich auf. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe jetzt auch gar nichts mehr. Ich habe nur noch so ein Tollwut-Dings. Okay, hier sind wir gerade hergekommen. Hier ist der Tunnel, der geht wieder untergehen. Wir können hier wieder hochlaufen. Jetzt sind wir wieder da, wo wir gerade waren, bei diesem Jump. Wir werden hier weiter links entlang. Ne, ne, da waren wir überall schon. Ah, da waren wir schon? Ja, hier sind wir an einem Junction entweder. Ja, hier war ja diese Ecke, wo wir überlegt haben, hoch oder links. Genau. Ja, rechts. Hier ist der Enterhaken Jump. Ich weiß nicht, wir müssen noch einmal machen wahrscheinlich. Ja, scheiße. Wie viele Enterhaken hast du noch, Konstantin? Äh, ich habe jetzt nur noch einen für mich, glaube ich. Warte, ich gucke mal bei Muni bei mir. Wir können halt auch noch den anderen Weg an mit zurücklaufen. Äh, ich habe noch einen, ja. Okay, ich habe auch, ne, es reicht. Wir haben immer perfekt genug Enterhaken. Wenn jetzt einer, aber einer... Lass doch den Weg, den wir gerade gelaufen sind, einfach zurückgehen. Dann verschwenden wir keinen Enterhaken. Kommen wir da hoch? So wie, so wie ich das in Erinnerung habe schon. Wenn wir über den Weg hochkommen, dann auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt noch zwei Enterhaken. Einer ist noch geladen an meiner Armbrust. Ja, schon, da habe ich auch noch zwei gehabt. Weil eins ist ja auch geladen bei mir. Okay. Ey, wartet Leute, wartet kurz, wartet, wartet. Ah ja, okay. Ja, stimmt, hier kommen wir echt so. Oh, fuck, ich die bedrehe. Meine Wasserflasche ist jetzt leer. Äh, ich habe noch ein bisschen Wasser. Naja, meine Flasche ist jetzt mal leer soweit, aber wir sollten jetzt eh soweit durch sein eigentlich. Ich glaube, hier ist nicht mehr viel. Fick ich auch nicht. Ich sehe hier auch nichts mehr. Ja, hier ist noch ein bisschen nice, ist zu rar. Lass uns, da konntet ihr warten, der ist hier bei uns. Ja, ich habe ein bisschen den Weg verpasst. Ich esse noch ein paar Beeren. Also, Beeren füllen ganz bisschen Wasser wieder auf, ne? Aber nur 0,1 pro Beere, aber im Notfall. Hast du ein bisschen vorbei, okay. Dann können wir uns jetzt hier weiter. Oh, hier sind auch Spinnen, die du klatschen kannst. Ja, ich freue mich, du kannst auch noch gesniped mit einem Revolver. Ach, die geben auch noch ein Chitin, ja moron. Ja, Spinnen geben fett Chitin. Ja, und das ist das Artefakt-Dings, Bums. Da waren wir jetzt aber schon. Achtung, gefährlicher Jump. Bisschen zurück, bitte. Brauch ich dehydriere. Nehmen wir einen Fall, Interaktion an die Hand, Konstantin, ne? Willen Jump, falls du runter befällst. Ja, mach ich. Hopp! Okay, ich bin rüber. Okay, ich auch. Warte, ich mach mal. Okay, hab's auch geschafft. Sehr gut. So, jetzt muss nur noch ich da rüberkommen. Die Jumps finde ich mal ganz gruselig. So, ich bin drüben. Nice. Voll mit einem Arct ist das so, immer so. Ja, das Move mit einem Arct ist ganz übert. Okay, ich glaub, wir haben die Höhle. Ja, das ist der Eingang. Wow, Fährmäuse, Achtung! Wow! Mistviecher. Ja, ich hab die Aggro, hab die Aggro. Jetzt gibt's nochmal meine ganze Ladung überschüssiger Muni. Eure scheiß Gehirne. Ja, ich baller jetzt auch komplett rein. Also mit dem Begaterium macht die Höhle echt Spaß. Wollen Sie noch mehr? Wir haben noch gar nicht alles. Sie sind noch über Fährmäuse. Wir ballern machen generell voll Spaß. Hier sind sechs Fährmäuse da unten. Wir waren hier noch gar nicht. Ja, moin. Die Höhle ist doch noch nicht durch. Scheiße. Ich dachte, wir wären jetzt fertig. Alter, ist die fett. Okay, 8, 2, 3, 2, 1. Nein, die Dinger sind respawned. Ich kenn die Passage. Okay. Die Dinger sind respawned. Die sind respawned. Dann sind wir mit der Höhle durch. Da oben ist der, ähm, der... Aber das ist eigentlich respawned nicht so schnell. Und ich zieh die letzten Fährmäuse rüber und dann gehen wir. Stimmt, das war mit dem Laberfluss am Anfang, hast du recht. Ja, ja. Nee, nee. Da oben ist auch die blaue Strait. Ich glaub, doch, ja. Nee, alles gut, hast recht. Ja. Okay, das ist auch leer. Ich hätte es noch Revolver und Pistolen. Oh, fuck. Oh, da kommt noch ein Skorpion. Meine beiden Sniper-Waffen sind leer. Also das Megatherium sagt auch Ende der... Ich darf nicht spinnen, komm. ...der Höhle. Noch 1200 HP hat das Megatherium. Ja. Oh, ich hab bei mir mega tollen Woot. Hier ist eine... Oh, fuck. Weg von Konstantin. Weg von Konstantin. Ja, ja, weg von mir, weg von mir. Ich grünte weg. Kill die Maus. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich hab noch ein Heilmittel über. Wir können dich retten. Kill die Flair-Maus. Ist die Flair-Maus tot? Kill die, kill die. Da kann ich dich noch retten. Ja, dich tot. Achtung. Ich droppe hier unten. Droppe ich das Heilmittel. Lauf hin und hol dir das. Oh, hier? Ja, da, da ist das Bräckchen. Da. Räuf mir das hier rein. Wo ist das? Was? Yes, gerettet. Und du dir den herfriest übrigens. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, ich hab auch nicht mehr drin. Doch, du hast uns nicht zwei Flaschen, die dir gegeben hat. Oh, ja. Da. Aber die Gleise hat noch 20 Liter Wasser oder so dabei. Oh, flieger. Alter, das war noch ein Safe. Dann sind wir durch. Ich denke auch. Wir hatten so letzte Sekunde. Ja, vor allem auch bei der letzten Fledermaus, ne? Hier ist noch eine Tote, das war die. Ja. Das ist Vieh. Mal draufballern. Ja, das war jetzt meine Wut. Ich hab's gar nicht bekommen. Okay, aber die Höhle, wir sind nicht einmal gestorben. Weil wir vorbereitet reingegangen sind. Wir sind vorbereitet und... Aber die Höhle ist... Die hat Spaß gemacht, finde ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Man konnte so viel ballern, das hat so Bock gemacht. Die hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Oh, was ist da noch drin? Das ist nur noch ein Megafirium-Ding. Ja, ich nehm auch noch mal was mit. Also, ich kann auch ein bisschen was mit dem. Jetzt hab ich ja wieder einen Zartplatz durch Muni. Warte, ich will einmal berechnen, wie viel Muni ich rausgeballert hab, ja? Ich hab über 500 Schuss geschossen. Warte, ich will auch noch mal kurz gucken bei mir. Warte, ich hab Muni. Ich hab 200 Stück. Ich hab 1000 Eisenbahren circa verschossen gerade. Und noch einiges an Schießpulver. Ey, ich hab ja das gesamte Chitin vom Megafirium fast in meinem Inventar. Ich hab 9000 Chitin im Inventar. Alter. Was ist denn da los? Wo kann man sehen, wieviel man von etwas im Inventar hat? Einfach nachzählen. Ja, mach ich mal. Okay, aber das war fesch. Bis zum nächsten Mal.